Wir sind in Yankshorn, 2096. Ich denke, hier ist der Gletscher. Heute ist der 7. Juli 2013. Wir sind in Yankshorn, in der Schweiz. Hier sind 2.896 Meter. Sie bezeichnet Gletscher. Hier ist es, dass es nie wird. Es wird betrified. Wir sind in Yankshorn. Wer ist die junge Frau? Weißt du? Wie heißt die andere? Mönchen? Eigenmönchen. Genau. Ja. Wir brauchen nicht zum Kirchen gehen, zum Dankbar. Genau. Ja, ja. So wundert. Und natürlich, Hino ist da. Hino. 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 He 사용. Hino. Vielen Dank.